hey hallo leute ich bin es wieder adi ich stelle euch mal den ich glaube schönsten und liebsten bull terrier also baby bull terrier vor dem mich fragte vor kurzem was ist das für eine rasse ich so ja das ist die rasse wo sich die meisten das maul zerflocken ja da ist er unser bacho der bacho der ist jetzt das ist ein ganz lieber ein welpe guck dir mal die an es gibt noch ein prachtkerl leute 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 also bis gleich